Was glaubt ihr denn? Ihr seid doch noch ein Haufen abgefuckter Arschlöcher. Wollt ihr wissen, wieso? Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem Feuer geschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewichter. Und? Was seid ihr denn dadurch? Gut? Ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt und wir leben können. Aber ich, ich hab so Probleme nicht. Denn ich sag immer die Wahrheit. Ja, wenn ich lüge. Also, verabschiedet euch von dem Bösewicht. Macht's schon. Es ist das letzte Mal, dass ihr einen so miesen Kerl seht wie diesen, das sag ich euch. Break hier. Macht Platz für den Bösewicht. Sein Stoff kommt überall durch. Gib mir lieber auf den Weg. Danke.